Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Force of Nature. So, ich habe mal gewartet bis die Manna-Kugel wieder voll war. Ich habe auch Manna-Tränke mit. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da noch einmal durchkommen. So... So... Das war's. Oh, Tommy! Oh! So, und jetzt gehen wir nach oben. So, das ist alles klar. So, und jetzt gehen wir nach oben. So, und jetzt gehen wir nach oben. So. Oh, stop. Oh, stop. Oh, stop. Okay, das hat lang gedauert, bis das weg war da unten. Wir nehmen mal das da rein. Der bringt zwar nicht wirklich was. Was? Bleib da. Oh, du Spinner. Danke. Ja. 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 So, okay. ok ich noch steine für teleporter und die schlange ok für einen haben wir schon mal genug ok das kann ich aber ihr alles züchten so ok so 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 weit ist es ja nicht mehr die Hälfte von Männer ist weg ähm 35 Männer so 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 Okay. Ja, ja, komm weiter. Okay. Also gut, wenn die Schlangen schon durchkommen, bin ich fast durch. Das ist okay. 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 Das war's. Okay, so, noch wer? Neins? Gut. Das war's. Das war's. So, ein bisschen Mana. Okay. 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 Wozu gibt es das denn? So viele brauchen wir nicht. 25 Fleisch. So, 22 Kartoffeln. 22. Form 44 Pilser. Bitte mach mir Kulasch. So. Wow. Das kann man jetzt. So. 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 . So. 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 . So. 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 28, das ist okay, am besten wird Ihnen eine Mischung funktionieren fürchte ich. So, am besten ist es. So, am besten ist es. so und das gehen wir wieder rein da lassen wir das da das nehmen wir dann auch noch mit eins wollte ich noch schauen ich kämpfe die ganze zeit mit dem schwert warte mal ich glaube da muss ich da nach oben da muss ich zum anbuss streitkolben vier jahre machen wir bitte einen streitkolben so der t ist zwar nett aber ich werde ihn eh nicht einsetzen ja hier kommt jetzt erst mal auf die 1 ok dann haben wir einen streitkolben da herunten werden die heilkränke hinkommen ah fertig ist also die asche holen wir gleich mal ab die kommt da rein damit kann man nicht elektro dings da machen wenn wir wollen schauen wir mal aber dann sagt er wird noch nicht hat er ist noch am arbeiten klickt ins wenn da rein so das holz kann man los werden und dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge da beschäftigen wir uns dann mit dem brust dort bis dahin